so jetzt sind wir live jetzt sind wir live sagt mein handy jetzt vorher wieder knapp zwei stunden in der gastfamilie gelabert nice das krasse ist das hört sich blöd an oder so und so hat das unsere oh mein gott aber so länger du japanisch redest hast du schlechter wird dann irgendwann so ausgelaubt ist wir haben irgendwo um unseren sponpunkt herum noch briten die unseren sponpunkt abfahren ich bin jetzt nur auf was für ein team bist du deutsche also wenn ich sage dass die briten unseren sponpunkt abfarmen ich auch sehr schön ja jetzt nicht drauf geachtet ah mist ich glaube ich habe den aber auch noch der liegt da ja du bist aber noch bei mir drin ist jetzt bist du wieder raus ja warte ich suche nach einem sniper das kart 90 ist genauso wie ein sniper ohne scope ja die scope ist das wichtige du bist ein lauchjunge weißt du das nein da sehe ich wenigstens leute willst du vielleicht in fox reinkommen was soll ich in fox na gut kann ich machen hier war foxquatch ja hat dir auch nicht viel gebracht oder ach ne ich bin sorry ich bin dann easy jetzt haben wir einen französischen squad lead hei geil mal gucken was ja wenn der scheiße ist dann lass wechseln ist egal ja ist doch alles tutti frodi wir gehen unten rein bei dem nsp msp ok ok ich bin in der luft und ok also ich weiß dass viele briten da oben in dem weltchen sind wo unser squad leader gerade ist weil die ja alle auf unseren alten msp geguiert haben ja ne das ist keine ahnung ist auch so krass ich hab ne feindfahrzeug ach ne das ist unser panzer ist hinter mir ach du bist da ich bin bei den oberen nsp gespawnt das ist uncool ja ich muss mal eben noch meinen mein discord status auf unsichtbar setzen der vollbruch auf den panzer schreck aber ich kann kein panzer schreck spielen weil der schon vergeben ist dabei habe ich gerade eben schon einen panzer sogar geschreckt ich kann mal dass ich zu dir da irgendwie runterkomme ach gott verdammt direkt neben mir ist einer spawnen oben bei dir nach ja ich lauf jetzt mal zu dieser straßen kreuzung und gucke ich mal dass ich da vielleicht irgendwie lange lauf ich mach einen normalen schütz und keinen sunny medic bliesel mist medic bliesel der franzose hat sich angestrengt englisch zu reden ist ja schon skandalös wahrscheinlich wird er jetzt von seinen artgenossen gemieden er hat englisch gesprochen nein kann er nur in elf sekunden bin ich da irgendwo aber da ja warte ich muss mir kurz das einstellen was soll ich machen so kurz vor dem kampf kontrodo und rodo impossibru muss hinlegen ja habe ich mir auch schon auf c angewöhnt ich mache das wie auf eine maustaste echt? da habe ich meine sprachkommandos ja ich auch aber ich habe mehrere maustasten ja du hast ja so eine tastatur maus wo du da 12 millionen tasten dran hast hey wo ist denn die scheiße jetzt ja ich hätte mal auf infanterie gehen müssen der control ist macht sinn ne? mhm ach das bist du ich wollte gerade schon eine geben das wäre nicht so cool gewesen bist du dir sicher? mhm ja für das allgemeine engagement wir würden das lokalien herr kommt rein aus dem süden man wie im westen beheimatet das war aber dann und ich kou ich greife zur So, und da bist du gerade also. Hm. Na gut. Wir haben doch da weggemacht, wir haben doch da einen Panzer vorne, ist halt easy. Ah, schnell über die Straße. Guck mal, du wurdest hier irgendwo gerade abgeschossen, gell? Ja. Schießt du gerade? Ja. Aber ich glaube, das war eine Leiche von unseren. Okay. Ja, ja, die gute alte Freund Feinderkennung hier. Ah, fuck, wir sind immer... Oh Gott, das ist ein Feind? Wir haben die... Okay, ja, ich habe einen, ich habe einen. Nice. Wir haben ein Feindfahrzeug direkt voraus. Hm. Britischer Hardcrack. Nee, das ist nur einer von uns, der Panzer, oder wie du ihn jetzt... Ja, der Panzer, aber der britische Hardcrack direkt vor uns. Okay, ich habe noch einen. Oh, Sniper ist so geil. Noch einen. Wo genau sind die gerade? Die sind alle da hinten in der Buschlinie, wo der Panzer reinschießt. Ja. Vor allem hier sind die auch alle mit einem Hit. Da ist noch einer. Ah, nee, das ist einfach nur uns, oder? Ja. Okay. Der Panzer... Der Lieber war einer gerade so über das offene Feld. Dem musste ich einfach eine mitgeben. Oh, dann habe ich... Oh, ja, direkt neben uns. Ich bin's nachladen. Oh, direkt vor mir. Direkt vor mir. Oh Gott, das ist irgendwie nicht... Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Oh, nice, nice, nice. Lebst du da? Ja, ja, ich lebe noch. Ah! Ah, die tun sich da wiederbeleben gerade. Ah, ich sterbe. Von wo? Von überall. Der Tod ist überall. Ich konnte meine Blutung erst mal stoppen. Okay, nice. Ja, ich gucke hier gerade nochmal die Busche an, aber ich sehe da jetzt nichts mehr. Alles schon tot. Läuft unsere Panzer-Crew lang, die sich zu unserem Panzer-3 hin stürmt. Hinter dem Panzer, in der Busch-Linie. Okay. Dann spawnen die wahrscheinlich da hinten irgendwo. Ja. Das ist unserer. Ja, der da hinten flackt, das ist der von uns. Ja, ja, manchmal. Unser Panzer-Dude kriecht da lang. Neben den Phosphor-Granaten. Es ist spannend zuzugucken. Aber ich habe den eigentlich, also, die Reihe da gerade gut im Blick. Ich sehe da jetzt gerade mal nichts. Dann nütze ich gar nichts mehr. Irgendwo da hinten in den Hecken. Irgendwo da hinten in den Hecken. Ja, 32 Grad. In den Hecken hinten. Ach, wir haben Blot schon eingenommen. Es ist sinnlos, hier zu kämpfen. Ja. Äh, wo geht's denn als nächstes? Nach Driel, oben. Oben nach Driel. Oben nach Driel. провер Xi? Ich sehe dir da.